Der ist der schon... Ja, ne... Mein Stuhl, der ist doch fast... 45 Jahre alt... Ähm, unnötige Sachen kann ich auch hier mal ablegen... Ah, Moment... Ich... Kann sein, dass jetzt vielleicht die Aufnahme vielleicht ausgeht, weil nicht... Ja... Wenn mein Testator vielleicht voll ist, oder? Ja... Bald... Ja... Äh... Was ist denn das jetzt? Hä... Soll ich damit... Ne, jetzt möchte ich jetzt nicht... So... Ähm... Ja... Auf jeden Fall... Ja... Ich hab's euch so oft gesagt... Ja... Neuer... Okay... Das war's aber auch... Ja... Und... Müller... Da ging er bei Portugal richtig ab... Aber... Was ich halt irgendwie finde... Wisst ihr... Das ist halt so... Am Anfang sagt man halt immer ja... Müller, Müller, Müller ist der Beste... Komm, hat jemand anderes geschossen wird... Also... Bei den nächsten Spielen hat jemand anderes gesch... Äh... Die meisten Tore geschossen... Wird Müller irgendwie vergessen... Ist mal... Äh... Egal... Aber... Bei den meisten Menschen bleibt es halt immer noch so... Im Gedanken... Ja... Müller hat doch... Und so weiter... Und der und der... Deswegen hat jetzt... Eine Seite sozusagen... Nein... Ne... FIFA hat sozusagen... 4 deutsche... Spieler nominiert... Also... Und... Einer davon wird der Beste Spieler sein... Und im Moment... Der steht ja da... Genau... Kommels, Groß, Lahm und Müller... Sind die... Vier... Nominierten... Besten... Spiele der WM... Oder? Also... Sie wurden... Nominiert sozusagen... Das sind dann nichts... Ich glaube ich... Ähm... Ja... Auf jeden Fall... Ich muss hier noch einfach mal weitermachen... Also... Ich hab vor jetzt... Die Klasse... Ich mach kurz... So... Hier ist sozusagen... Gehts runter... Hier möchte ich einen großen Raum machen... Wo ich hier also viele... Truhen machen kann... Um meine Sachen da abzulegen... Und dazu muss ich kurz mal wieder meine... Bläh... Ja... Ja... Hier hinten möchte ich dann... Viele Truhen... Also bis hierher ungefähr... Und hier dann meine Sachen auf... Um... Schönen Eck wieder machen... Ja... Lass mich jetzt noch ein bisschen machen... Huh... Was... Ähm... Na ne... Jetzt gehts jetzt schon wieder aus... Oh je... Ich hab die... Oh... Was sag mal... Ah... Ich hab ne Idee... Ich hab ne Idee... Ich kann hier noch weiter machen... Also runter gehen... Genau... Das ist die Idee... Und hier ist im Mund... Ne... 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 Schöne... Große... Mine... Aber ich hab keine Kaffe... Eigentlich... Ne... Raus... Oh... Ups... Ne... Ah... Ist schon Tag eigentlich... Du musst doch schon hell sein... Dass man... Samplein... Yay... Oder? Hopla... Warte... Jo... Uh... Gut... Das ist hell... Es ist... Hell... So dass man... Sagen kann... Na egal... Ähm... Ähm... Ach ja genau... Damit brauch ich mal kurz... Ah ja genau... Blö... Das hier jetzt... Moment... Ich muss noch kurz gucken... Weil ich was brauche... Für... Meine... Idee... Wenn mein... Tab aufgeht... Wenn hier... Oder? Genau... So... Ich glaube... Vicky... Ist mir da... Kann ich hier weitermachen... Dass... Besucht wurde... Ah ja genau... Ich kann hier mal schon... wie... Was ist da... Was ist da... Neh... ... Ui... Ah, achso, ok, ok, ok. Jetzt kann ich meine Idee ausführen. Ich hab was gehört, was sehr verdächtig ist, was eine Spinne angehört hat. Das werde ich nicht riskieren, dass ich einfach rumlaufe und dann auf einmal eine Spinne mich von hinten angreife. Das werde ich nicht riskieren. Nein. Wo bin ich nochmal reingekommen? Rausgekommen? Oh. Oh, hier. Das ist doch eine Basis. Warum? Ich hab doch jetzt... So, wie war das nochmal? Genau. Dass ich mach mich meine, sag mal, Hühner züchten. Dass ich endlich mein... Ja, das reicht. Genau, wie viel hab ich jetzt? Äh, acht schläge, ich glaub's reicht. Die Frage ist, wo... So, genau. Jetzt hab ich meine Fresse. Hui. Oh. So, und ja. So, dann brauchen wir ja nichts. Wo jetzt? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das sehe ich jetzt schon. Oh man. Oh ne, ich hätte hier einfach so... Eier. Ach komm. Ach komm. Das mit dem Zaun bauen und so weiter ist ja kein Problem. Dass ich jetzt hier zauberen will. Und dann Hühner hin. Ich hab ja jetzt schon genug Eier. Aber das Problem ist jetzt, dass ich... Ähm... Samen brauche. Und wenn das mal nicht so hängt, dann könnte ich hier... Gescheit... Ex... Mann. Ex... Dann könnte ich hier... Das ist ja kein Problem, wie gesagt. Ich will halt bloß Samen, damit ich... Jetzt hab ich meine Orientierung verloren. Hier war ich. Ich hab's hier gerade auf. Ob ich die Mama nicht zahlreißen. -"Hir怎麼辦?" Das tut mir nicht. metals Meh. Knitt. Bei jetzt drücken. Nein. Rauch kommt. Kommt dich da rein, ja es geht daran. W Armnee. 는데? So schießen wir nicht, das ist nur so, so, ne, ja, okay, oh, schreit, ey, warum schreit mich nicht, äh, ich, ja, okay, ähm, oh, schreit mich nicht, äh, ich, ja, okay, ähm, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, dass ich immer mit den Einstellungen, was bla-bla und ja, ich weiß nicht, äh, ich weiß, ich hab einfach, ähm, äh, So, jetzt brauche ich dich ja nicht mehr, ich brauche immer mehr. Ja. Ähm, genau, dann nur noch die Dinger hier. Meine Fresse, was ist denn hier los? Gerade eben geht doch alles perfekt. Genau, das war's. 16 Stück, ich glaube es reicht. So, bevor ich hier weitermache und noch, okay, ne, ich glaube es liegt da dran. Oder? Ne, das liegt an was ganz anderem, was ich natürlich nach der Aufnahme hier erstmal untersuchen werde. Warum dieses blöde... Ah, jetzt war's eigentlich mal was ich als Lösung nehmen kann. Gut, das war's auch schon mit der Aufnahme. Danke fürs Zuschauen und man sieht's natürlich wieder beim nächsten Mal. Gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.